Sie hören Kielgang von Angelika Svensson. Es liest Rebecca Fay. Untertitelung des ZDF, 2020 Prolog Lässigkeit demonstrierend. Doch in Wahrheit schickte das Aufsehen, das sie erregten, Adrenalinstöße durch ihre Körper. Neugier stand in den Gesichtern der Menschen, in den meisten überwog jedoch der Ausdruck von Verunsicherung und Angst. Zu welchem Motorradclub gehörst du denn? Angesichts des Blicks ihres Gegenübers hatte sie es allerdings sehr schnell vorgezogen, mit einer verlegenen Bemerkung das Weite zu suchen. Wo liegt denn jetzt das Teil, das du mir zeigen wolltest? Neben Fischkuttern ankerten Motorboote und Yachten. Auch ein Schiff der Seenotretter lag an einer Mole verteut. Im Hintergrund gleiste die Ostsee in der Sonne. Sag mal, hörst du jetzt etwas sentimental? Der Stirnacken war ihm gefolgt. Ein Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit. Blödsinn, sagte sein Begleiter eine Spur zu heftig und lief hastig zu seiner Maschine zurück. Kurze Zeit später reihten sich die beiden Männer wieder in den Verkehr ein und hatten nach einer knappen Viertelstunde ihr Ziel erreicht. Das ist es? Mit einem beinahe andächtigen Blick betrachtete der Stirnacken die große Gutsanlage, die von der Anhöhe, auf der sie standen, vollständig zu überblicken war. Das ist ja ein Sahneschnittchen, mein Alter. Ist das ein Gestüt? Sein Begleiter nickte. Ich bin allerdings der Meinung, dass wir die Pferde abschaffen sollten, wenn uns die Anlage erst einmal gehört. Die interessieren da niemanden mehr. Außerdem kostet ihr Unterhalt einiges an Geld. Jetzt mal nicht so hastig. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn die Pferde bleiben. Ein solches Objekt hat es noch nie gegeben. Das ist doch der absolute Hit. Der Stirnacken schlug dem Mann an seiner Seite so kräftig auf die Schulter, dass dieser zusammenzuckte. Mit unserer Idee sind wir eh schon konkurrenzlos. Aber mit dem Teil da unten schießen wir den Vogel ab. Hast du schon Fotos gemacht? Die kannst du dir nachher bei mir zu Hause ansehen. Ich hab alles aufgenommen, was mir vor die Linse kam. Der Stirnacken verzog das Gesicht. Na, hoffentlich hat dich keiner gesehen. Sein Begleiter streifte ihn mit einem kurzen Blick. Seine Stimme klang kühl. Ich mach das nicht zum ersten Mal. Ist doch okay, mein Alter. Ich wollte dich bloß ein bisschen hochnehmen. Der Stirnacken ging zu seiner Maschine und holte einen kleinen Feldstecher aus der Gepäcktasche. Er schob die Sonnenbrille hoch auf die Stirn und studierte die zu seinen Füßen liegende Anlage noch einmal. Wie heißt das Gestüt? Trakena Gestüt Lankenau. Der Besitzer ist vor einigen Tagen gestorben. Er hat das Gestüt zusammen mit seinem jüngsten Sohn geführt. Ich bin schon vor einiger Zeit auf das Objekt aufmerksam geworden und habe durch Zufall erfahren, dass der Junge sich kräftig verspekuliert hat. Die stecken mittlerweile tief in den roten Zeilen. Ich habe daraufhin Kontakt aufgenommen und die Lage ein bisschen sondiert. Mit welchem Ergebnis? Sohnemann hat sich gesperrt zu verkaufen. Aber nach dem Tod des Alten sieht die Sache anders aus. Es soll noch einen älteren Sohn geben. Falls der jetzt ebenfalls einen Anteil erhält, dürfte er alles daran setzen, das Gestüt so schnell wie möglich loszuwerden. Wer erbt schon gerne einen Haufen Schulden? Ich gehe davon aus, dass du den Kauf wie üblich abwickelst. Unsere Namen dürfen nirgendwo auftauchen. Das werden sie auch nicht. Der Stirnnacken strich sich über seinen kahlrasierten Schädel mit der Tätowierung im Nacken. Am goldenen Ring im linken Ohr glänzte ein Schweißtropfen. Und falls die Erben doch Stress machen, werden wir sie davon überzeugen, dass es das Gesündeste für sie ist, zu verkaufen. Seine Augen glitzerten, als er zu seinem Begleiter hinüberschaute. Einer unserer leichtesten Übungen. Nicht wahr, mein Alter? Fünf Wochen später. Samstag, 2. August. Es war kurz vor 20 Uhr, als Dr. Thomas Freiherr von Fährbach nach Lankenau zurückkehrte. Stirnrunzelnd fuhr er die von Kastanien und Linden gesäumte Auffahrt zum Herrenhaus hinauf und blickte mit zunehmendem Ärger auf die stattliche Anzahl von Pkw, die er passierte. Obwohl es in der Westseite des Gestüts einen großen Besucherparkplatz gab, hatten auch heute wieder unzählige Gäste die zahlreich aufgestellten Parkverbotsschilder ignoriert. Vor dem Herrenhaus, dessen weiße Fassade in der Abendsonne erstrahlte, war jede noch so kleine Lücke zugeparkt. Der Privatbesitz, betreten Verbotensschilder waren teilweise entfernt und achtlos an den Hauswänden abgestellt worden. Erst hinter dem Reitplatz fand Fährbach endlich eine Parkmöglichkeit. Während er zum Herrenhaus hinüberging, fiel ihm auf, dass die ersten Konzertbesucher bereits aufzubrechen begannen, obwohl die Abendveranstaltung in der alten Scheune noch bis 21 Uhr andauern würde. Da die Konzerte nach draußen übertragen wurden, verzichteten viele der Besucher auf den Kauf einer Karte und lauschten den Klängen der Musik im Freien. Etliche hatten Decken und Picknickkörbe mitgebracht und es sich auf den schönsten Plätzen der Gutsanlage bequem gemacht. Andere stillten den zwischendurch aufkommenden Hunger an den zahlreich aufgebauten Cateringständen. Fährbach öffnete die massive Eichenholztür und betrat die weitläufige Dealer. Eine angenehme Kühle erfüllte den Raum, der im Dämmerlicht lag. Vor der Tür zum Salon verharrte er kurz, dann drückte er die Klinke mit einer entschlossenen Bewegung hinunter. Bei seinem Eintritt bauschte ein leichter Windzug die Gardinen vor den geöffneten Terrassentüren. Barbara hatte sich mit einem Buch auf dem Sofa ausgestreckt. Als sie ihn bemerkte, richtete sie sich auf, wobei ihr eng anliegender schwarzer Rock verrutschte und einen Blick auf ihre wohlgeformten Beine freigab. Wieder einmal fann Fährbach, dass man seiner Stiefmutter die 54 Jahre nicht ansah. Sie hatte sich ihre zierliche, mädchenhafte Figur erhalten, allerdings hatten ihre kinnlangen braunen Haare in den letzten Wochen einige graue Strähnen mehr bekommen. »Wieso bist du nicht beim Konzert?«, fragte er. »Ich bin in der Pause gegangen.« Barbara legte das Buch auf einem Beistelltisch ab und strich ihren Rock glatt. »Die Luft in der Scheune war mir zu stickig. Bis zum nächsten Jahr müssen wir da drinnen eine anständige Ventilation hinbekommen. Kein Problem, wenn du mir sagst, wo wir das Geld hernehmen sollen.« »Ich werde nochmal mit Herrn Kröger sprechen,« erwiderte Barbara. »Wenn das Schleswig-Holstein-Musikfestival Lankenau weiterhin als Spielstätte nutzen will, müssen sie in Zukunft eben mehr zahlen.« »Vorsicht, Barbara,« warnte Fährbach, »der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Du weißt, dass das Land im Festival bereits die Mittel gekürzt hat. Vielleicht werden im kommenden Jahr einige der Spielstätten gestrichen. Lehne dich also nicht so weit aus dem Fenster, denn sonst ist Lankenau das Musikfest auf dem Lande unter Umständen ganz schnell wieder los.« Seit dem Jahr 2002 richtete Lankenau eines der insgesamt fünf Musikfeste auf dem Lande aus. Als seinerzeit die Festivalleitung mit einer Anfrage an Fährbachs Vater herangetreten war, hatten dieser und seine Frau sich entschlossen, ihren Besitz an einem Wochenende im Sommer für ein breites Publikum zu öffnen. »Lass mich nur machen.« Barbara lächelte siegesicher. »Herr Kröger und ich können gut miteinander.« Sie deutete auf den Platz neben sich. »Und? Wie war's?« Fährbach tat, als hätte er ihre Geste nicht bemerkt und nahm im Sessel gegenüber Platz. Durch das Fenster drangen die letzten Klänge eines Klavierkonzerts, gefolgt von brandendem Applaus. »Wir hatten ein gutes Gespräch. Ich habe Norbert die Gründe für meine damalige Entscheidung dargelegt und er hat eingesehen, dass ich nicht anders handeln konnte.« Dr. Norbert Sievers war der leitende Oberstaatsanwalt in Kiel und Fährbachs Vorgesetzter. Er hatte Fährbach von Frankfurt nach Kiel geholt, obwohl er von den Alkoholproblemen seines ehemaligen Studienfreunds und der damit verbundenen Zurückstufung wusste. Sievers hatte Fährbach zugute gehalten, dass er durch den Mord an seiner Frau komplett aus der Bahn geworfen worden war. Fährbachs Rückfall vor wenigen Wochen hatte die Freundschaft dann allerdings auf eine harte Probe gestellt. Sievers hatte von Fährbach verlangt, sich sofort in den Entzug zu begeben und dieser hatte sich geweigert, weil er den aktuellen Fall zu Ende führen und Lisa Sanders von der Mordkommission Kiel nicht im Stich lassen wollte. »Dann ist jetzt wieder alles in Ordnung zwischen euch?« Fährbach nickte. »Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich darüber bin. Norbert hat gesagt, dass ich ihm mit meinem Anruf zuvor gekommen bin. Ihm lag unser Streit genauso auf der Seele wie mir. Aber ich glaube, dass es gut war, mit dem Gespräch zu warten. Vor einigen Wochen wären wir bestimmt noch wütend aufeinander losgegangen. »Das heißt, dass du nach deinem Entzug in die Staatsanwaltschaft zurückkehren wirst.« Fährbach war der resignierte Ton nicht entgangen. »Ja, das heißt es.« »Und was wird dann aus dem Gestüt?« »Ich werde mich um Lankanau kümmern, bis Andreas zurückkommt. Wenn er erst mal ein bisschen Abstand gewonnen hat, kommt er auch wieder zur Vernunft.« »Andreas hat uns fast in den Ruin getrieben«, fuhr Barbara auf. »Ich lasse nicht zu, dass er hier wieder das Ruder ergreift.« »Barbara, bitte. Du musst endlich aufhören, Andreas für alles verantwortlich zu machen. Wir müssen doch erst einmal mit ihm sprechen und erfahren, wie es soweit kommen konnte.« »Andreas ist verantwortlich«, sagte sie unversöhnlich. »Wenn er nicht diese riskanten Spekulation betrieben hätte, wären wir nie in diese Situation geraten.« »Lankenau in den roten Zahlen.« »Ich darf gar nicht daran denken.« »Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich doch niemals diesen aufwendigen Restaurierungsarbeiten am Herrenhaus zugestimmt, die Andreas unbedingt vornehmen lassen wollte. Er hat doch gewusst, dass das Geld dafür gar nicht mehr vorhanden war.« Natürlich hatte sie recht. Aber trotzdem wehrte Fairbach sich dagegen, seinen Bruder jetzt ebenfalls in Grund und Boden zu verdammen. »Ich möchte, dass du hier bleibst, Thomas. Ohne dich schaffe ich es nicht.« So direkt hatte sie es ihm noch nie gesagt. Eine nervöse Spannung begann, seinen Körper zu erfüllen. Ein fast gieriges Verlangen nach Alkohol stieg in ihm auf. Es erschreckte ihn, denn er hatte es überwunden geglaubt, überwunden gehofft. »Warum willst du in die Staatsanwaltschaft zurück?« Barbara ließ nicht locker. »Ist es, weil du noch eine Rechnung mit diesem Gerlach offen hast? Bist du wirklich so versessen darauf, dich wieder mit ihm herumzuschlagen? Der Mann hat von Anfang an gegen dich intrigiert. Deine Suspendierung hast du doch nur ihm zu verdanken.« Es waren Momente wie dieser, in denen Fairbach bereute, Barbara entgegen seiner ursprünglichen Absicht, doch einige Dinge anvertraut zu haben. Denn noch immer waren seine Gefühle ihr gegenüber mehr als zwiespältig. Auf der einen Seite war er froh, dass die Gespräche der vergangenen Wochen zu einer gewissen Normalität in ihrem Verhältnis geführt hatten. Auf der anderen gelang es ihm jedoch noch immer nicht, das Misstrauen ihr gegenüber gänzlich abzulegen. Dazu saß es einfach zu tief. »Thomas?« Barbara schien verwirrt, dass er schwieg. »Es gibt doch nichts mehr, was dich in Kiel hält. Dein Platz ist jetzt hier.« »Ich werde dich nicht im Stich lassen, Barbara. Wir werden alles unternehmen, um Lankenau zu retten. Aber nach meinem Entzug kehre ich in die Staatsanwaltschaft zurück. Ich bin Jurist, kein Pferdezüchter.« Fairbach erhob sich, denn er wusste aus Erfahrung, dass Barbara weiter in ihn dringen würde. »Ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Schlaf gut.« Der Griff der Pistole lag kalt in ihrer hocherhobenen Hand. Sie umklammerte ihn so fest, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Als der Arm zu zittern begann, hob sie die linke Hand als Stütze empor. Aber schon nach kurzer Zeit zitterten beide Arme so heftig, dass sie sie sinken lassen musste. Das war der Moment, auf den ihr gegenüber gewartet hatte. Blitzschnell förderte er eine Waffe zutage und legte auf sie an. Mit einem Aufschrei rieß sie ihre Waffe wieder hoch. Sie schossen fast gleichzeitig. »Lisa?« Keuchen fuhr sie hoch und schlug nach der Hand, die sie zu halten suchte. Ihr Herz hämmerte so stark gegen die Rippen, dass sie das Gefühl hatte, ihr Brustkorb müsse zerspringen. »Lisa, Schatz, es ist alles in Ordnung. Du bist in Sicherheit. Du brauchst keine Angst mehr zu haben.« Sie sprang aus dem Bett, weg von dem Mann neben sich, der sie in den Arm nehmen wollte. Nach Luft schnappend richtete sie sich auf und versuchte, ihren Oberkörper zu weiten, aber es gelang ihr nicht, ihren Atem zu kontrollieren. Sie merkte, wie sie zu hecheln begann und sich ein eiserner Schraubstock um ihren Brustkorb legte. Ihr war, als würden ihre Lungen im nächsten Moment den Dienst versagen. Wie in Trance nahm sie den festen Griff um ihre Taille wahr und die Plastiktüte, die ihr vor Mund und Nase gehalten wurde. »Ganz ruhig.« Peter Lannert hielt sie mit eisernem Griff. »Atme ganz ruhig in die Tüte.« Sie spürte seinen Herzschlag an ihrem Körper und versuchte, sich dem gleichmäßigen Rhythmus anzupassen. Ohne Erfolg. Erst als sie mit beiden Händen die Tüte umfasste und mit gierigen Atemzügen in sie hineinkeuchte, wurde es besser. Nach endlosen Minuten ließ sie die Tüte sinken und fiel auf den Rand des Bettes. Sie war vollkommen erschöpft, das kurze T-Shirt schweißdurchdrängend. Aber das unkontrollierte Zittern hatte nachgelassen. Lannert hockte sich vor sie und musterte sie mit besorgtem Blick. »Wieder derselbe Traum?« Lisa nickte, unfähig etwas zu sagen. Sie schlang die Arme um ihren Oberkörper, weil sie plötzlich entsetzlich froh. »Du musst endlich zum Psychologen gehen, Schatz. Warum weigerst du dich nur so hartnäckig, dir helfen zu lassen? Du hast Schlimmes durchgemacht. Das steckt man doch nicht einfach so weg.« »Nein, das tat man sicherlich nicht.« Soweit war sie in ihren Überlegungen immerhin auch schon gekommen. Aber trotzdem brachte sie es nicht über sich, mit einem Außenstehenden über das schreckliche Geschehen zu sprechen. Selbst Lannert hatte sie erst vor kurzem erzählt, was genau bei der Geiselnahme im Kieler Hafen geschehen war, als sie es nicht mehr verheimlichen konnte, dass sie keinen Urlaub hatte, sondern suspendiert war und eine interne Untersuchung gegen sie lief. Noch immer schauderte es sie, wenn sie daran dachte, dass sie kurz davor gewesen war, den Geiselnehmer zu erschießen. Fährbach hatte sie zurückgehalten, und seine Worte hatten schließlich dazu geführt, dass sie wieder zur Besinnung gekommen war. Ihr anfangs so gespanntes Verhältnis hatte sich schon während der Ermittlung zum Besseren gewandt. Nach der Geiselnahme waren sie sich dann auch für einen kurzen Augenblick persönlich sehr nahe gekommen. Was hältst du davon, wenn ich dir einen schönen Tee mache? Lannert griff nach der Bettdecke und legte sie um ihre Schultern. Dankbar sah sie zu ihm auf. Das wäre lieb von dir. So bin ich nun mal, sagte er schmunzelnd und strich über ihre Wange. Morgen früh sprechen wir nochmal über das Thema Psychologe, und diesmal lasse ich mich nicht wieder abwimmeln. Gedanken verloren blickte Lisa ihm hinterher, als er den Raum verließ. Seit drei Wochen war sie jetzt mit dem bekannten Maler zusammen, den sie während der Ermittlungen ihres letzten Falls kennengelernt hatte. Und noch immer fragte sie sich, wie es dazu gekommen war. War es die Verzweiflung gewesen, die sie in seine Arme getrieben hatte? Dieses grenzenlose Gefühl der Einsamkeit, das sie jedes Mal aufs Neue überfiel, wenn sie an die Frau im Kieler Hafen zurückdachte, in der sie ihre vor drei Jahren spurlos verschwundene Schwester zu erkennen geglaubt hatte? Die Angst vor der ungewissen beruflichen Zukunft? Oder hatte sie sich nach Fairbachs Zurückweisung nicht viel eher beweisen müssen, dass sie zumindest in den Augen anderer Männer eine begehrenswerte Frau war? Während der letzten Wochen hatte Lannert sie aufgefangen, wenn sie den Boden unter den Füßen zu verlieren drohte. Immer häufiger stellte sie sich seitdem die Frage, ob sie sich womöglich nur aus Dankbarkeit mit ihm eingelassen hatte. Sonntag, 3. August Die morgendlichen Ausritte waren für Fairbach mittlerweile wieder zu einem festen Bestandteil des Tages geworden, den er nicht mehr missen wollte. Als er kurz nach acht zum Gestüt zurückkehrte und den Rappen zur Koppel lenkte, sah er Barbara neben dem Zaun stehen. Sie erweckte den Eindruck, als ob sie auf ihn gewartet hätte. Da bist du ja endlich! Sie kam auf ihn zugelaufen. Du musst sofort mitkommen! Hat das nicht einen Augenblick Zeit? Fairbach gab die Zügel hin und saß ab. Ich muss mich erst im Zürcher...